Hahahaha hast du schon reingeklickt? Ah ah So, endlich können wir diese Quest hier auch aufschnitten Oh Gott Ich hab ewig überlegt wo, wie, was und so, ne? Ahhhh Ja, wenn man ein bisschen guckt, dann klappt das, ne? Jaja Kurz und kurz, echt Ja, es dauert, ne? Ein bisschen, bis man das alles hier rauskommt Achso, reinlaufen? Irgendwann erscheint mal Charakterseite Schlachten fürs Rubbelikatz, hier ist er Hä? Oh, hier gibt's ja noch elegantäre Quest Mhm Achso Ich geh hier noch Eine weitere Art Arachsos ist doch aber für Tanks, oder? Ja, ich glaub auch Nein, das nicht Ne? Ich will doch kein Tank sein Naja, vielleicht will man irgendwann mal tanken, dann hat man die auch Nein, ich nicht Was braucht ihr? Rekrutiert Altruis den Leidenden und Asha Rabenhof als eure ersten Champions, ok? Ja, ich kann euch sehen So, cool Was wollt ihr? Achso Ich habe alles geopfert Altruis der Leidende Ich fühle mich geirrt Wir müssen den nehmen Wählt ein zweites Artefakt, nach dem ihr suchen wollt Nein, ich will Keine Ahnung, wieso wird das jetzt mal Irgendwie haben wir vielleicht die Quest angenommen, ich weiß es nicht Auf der Jagd nach Macht Ok, die könnte ich jetzt auch abschließen Also er hat mich gefragt, ob ich das will, dann habe ich sie aber abgelehnt Ne? Also ich sollte dann mich dazu entscheiden, ne? Mhm Hab ich auch abgelehnt Dadurch konnte ich sie aber abschließen, trotz allem Ja Da ist noch eine Quest Ja Da ist noch eine Quest Eeeeee Ja, ach hier Asha Rabenhof Anhänger zuweisen Ok Die und jetzt auch Meine Quest wird es Achso, das was du meinst mit 1 drücken, das ist bei mir ja, äh, nicht 1 Achso, ja Ich drück da 1, dachte ich wie, ich will mich nicht irgendwo hinschmeißen hier Blüht die Sperrkarte und schließt, äh, ne So Über jeden, das meinte ich hier, das ist unsere Ordenshalle, glaub ich Hm Klicken, um eine Missionszinszahl anzunehmen Was? Okay Ey, hier, aber hier, ähm, Masterplan funktioniert ja nicht, glaub ich, ne? Kann er sein? Und ich klick um mit rechts Ja Weil es eigentlich aktualisiert ist So, ich hab schon mal eine Mission gestartet So, ich hab schon mal eine Mission gestartet Klickt auf das Kampfgefährtene Bulm einen Champion Aha, ok Wählt ihr einen Champion, um ihn zu eurem Kampfgefährten zu machen Ah, ah, du kannst einen mitnehmen Aber Altruis ist ja gerade unterwegs, eine Minute noch Ja Aber das ist ja wirklich so, äh, Garnision 2.0, ne? Ja Aber das ist ja wirklich so, äh, Garnision 2.0, ne? Ich werde wahnsinnig, ne? Mhm Aber jetzt wissen wir es, ja Ja, jetzt wissen wir es Ja, jetzt wissen wir es Ja, jetzt wissen wir es Ich hab' ne lange Minute Jetzt zählt er es runter, 57, 56 Okay Du kannst auch hier, ähm, Rüstungsgegenstände kaufen Wenn, also, für, ne? Für Ruf und so Also wenn du den ruhig jeweiligen Ruf hast Also hier ist ja wieder ne, ja, was ist das eine Faktion oder so? Ich glaub da oben ist auch ein Händler Ja, w Oxen Ja, glaub ja Ja,selhan mit johann abgeschlossen nur in diese belohnung verleiht dem charakter eine große menge erfahrung der einzige besitzer brauchte wohl nicht mehr okay wo ist denn das ich kippe mal auf, ich guck mal wie viel ich hab 617 ok 7000 kampf gefährlich könnte alt ruhig jetzt mitnehmen aber da fällt mir auf der ist ja erst stupe 100 bitte ich höre die volle jetzt besser ja ok hier gibt es ja keine mission ich weiß ja nicht ob der aufsteigt wenn du ihn mitnimmst kann sein die anderen sind auch aufgestiegen sicher hat die nur ruf bekommen oder ok ich nehme ihn erstmal mit man kann ihn da später wieder rausnehmen oder mhm ja ihr kämpft nicht allein zuweilen ach da sind jetzt auch andere charaktere da drüben kann man abziehen klicken keine aktiven ach kann man jetzt die missionen anderer charakter ja genau wo guckst du denn da ich jetzt hast du an dieser minimap oben zum zeichen ortenhallen ordenshallenbericht ordenshallenbericht ja wenn du drauf wächst ja das ist ja für hier dann wenn du die dinger hier ja ich weiß nicht ob man hier könnt ihr den fortschritt sehen das wie in der ghani nur halt für hier mhm ok so äh gibt hier eine quest zum abgeben oh ja hinter mir mein leben dient einzig dem untergang der brennenden legionen sprecht mit schlachten für das gardon und bildet krieger der abschentum ok sind die neuen krieger bereit klar ist er ein neuer tag alle rekrutieren mhm ab dem zeit fünf sekunden ja was ist das selte mhm arbeit auftrag abholbereiten am banner trupp erhalten krieger der aschenzungen trupp dazu was ist das mhm oh ich bin 103 ich hoffentlich gleich auch ne what the fuck alter ok ich hab drei krieger krieger der aschenzungen so jetzt muss man auch hier irgendwas abschließen bei mir ich kann das mit zwei starten also ich hab's gestartet ja ich hab ne chance von 25% du hast es mit 25% gestartet ja echt jetzt mhm na denn das dauert ja noch vier stunden die werden schon nicht sterben mhm mhm ich bin noch nicht aufgestiegen was soll das scheiße jetzt gibt's hier erstmal nix oder da oben so ein forscher der elidary mhm mhm das macht man aber mit diesen trupps ja die kannst du auch reinziehen da das stimmt ja gut gut ich muss ja die elidary nicht mehr trainingspuppe er müsste doch hochscher Ah, 7.750 Ellenpunkte Für was? Oh, hier gibt's eine Feuerprobe, die kann man machen, aber die will ich was nicht Was gibt's da? Feuerprobe Oh Die muss man bestimmt irgendwann Ja, wahrscheinlich wenn man Hero machen will, ja Azeroth darf nicht fallen Für die Stufe 110, ah, da geht's Flucht die Schmiede Was ist denn hier? Achja, apropos Es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung Man muss ja auch schmieden hier, ne? Ich glaub hier war irgendwas Nun gut Gut Dann, ja, wollen wir mal weitermachen, ne? Ja Ja Zum Klernen der nächsten Stufe kriegt Wo bist du denn da? Unten in diese Schmiede, wo man diese, ähm, Artefakten Diesen Artefaktenbaum hat Und wie kommt man da rein? Dann musst du an der Seite Hoch an die Seite Runter Warte, ich hatte ihn dann, hm, fest Ich komm hoch Achso, ja doch, doch, ich seh das Ja Achso, und hier nochmal tiefer, ja okay Was geht hier? Ist noch was? Mächtiger Nether-Tegel Hm Hm Was ist das hier? Hm Nein, der Mitte ist was? Oh, was rückgern denn ein Lehrer? Der flugte Schmiede der Nasrezim Mhm Aha Entfesselte Dämonen Kosten 300 Artefaktmacht Mhm Ja, der zieht der die ja von meinem Artefakt runter, glaub ich Du hast diese Artefaktpunkte, die du sammelst mit diesen Kisten, oder keine Ahnung Die zieht der nicht von meinem Artefakt runter? Doch, natürlich Damit kannst du diese, diese Fähigkeiten skillen ihn Oh, dann mach ich ja wieder weniger Schaden erstmal, oder? Das weiß ich nicht Sie sind ja diese, diese Artefaktmacht, ist ja für, äh, für skillen von diesen Fugten Äh, 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 äh Nö Möke Gut, gab's noch was Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht Möke Dieser Loramus, seid ihr das? Ach ja, das ist ja diese Mission Die EU ist jetzt erstmal für 4 Stunden in Betrieb Ja, das ist ja halt wie gesagt wie in Garnision, wo das alle aus der Klasse aber reinkommen gleichzeitig Wenn sie wollen Ich glaub hier gibt's jetzt erstmal nichts weiter, dann könnten wir auch weiter befesten Gute Elidari Tor, dann wären wir auf dieser Insel da ne? Hm Schon krass Ich bin mir direkt hinterher an Achso Cool 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 Ja, ich wollte gleich mal was, nests, legende Glückwunsch zu unserer Quest Ich hab hier eine Quest abgeben in der Fioletten-Titel Und einer ist dann noch zum Annehmen Ich hab da keine Quest Ich nicht? Ne Darf ich die schnell abgeben? Na ja, ich kann ja mal hinreiten, aber da keiner ab Denk ich auch nicht, dass ihr einen annehmen könnt Du musst ja nicht mitreiten, ich muss dabei warten Du musst ja nicht mitreiten, ich muss dabei warten Ach, ich bin in der... Ja Ja Was denn? Ne, ist schon gut Alter, ruckelt das jetzt grad hier Hast du die Quest der gefallen? Der gefallen, ja Ja, das muss man hier abgeben Mhm Der gefallen Der gefallen Da geht einem Der gefallen Oh, scheiße, er will man die andere Kösse angenommen Warte einen Moment Ich bin ein wenig Sammel Noch eine Schnallert ja viel, ey. Wir sind unbekannt. Die sollte bestens geeignet sein. Ja. Könntet ihr sie anfassen? Diese Kristalle haben oft eine negative Wirkung auf nicht-dämonische Wiese. War klar. Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Wie ist das denn? Hm? Wie man das abgeben muss. Das ist wieder drüben. Echt? Ach ne, das ist jetzt, äh... Wir gucken auf die Kante daran. Ja, genau. Alter, das ist wie früher, ne? Da hat man echt einen guten Rechner, aber in den Hauptstädten ruckert die Hölle. Ich könnte, als er hier zusammengefangen hat, ich könnte gar nicht nach da lachen. Es hat sich bei mir auf dem Laptop damals, ne? Hm. Gar nichts getan. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Aktiviert den Legionskommunikator um einen Bericht in Alari oder so. Und jetzt hier noch irgendwas? Ja. Und jetzt hier noch irgendwas? Ja. Oh, scheiße, wir hätten die da abgeben können jetzt. Echt? Das sieht so fettig aus, ne? Hm. Okay. Ich melde mal nebenbei an. Hm. 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 Das Ding sieht so fettig aus. Hm. Hm. Mensch, Mensch, Mensch. Mhm. Wie auch die Wolken dazu und so, ne? Hm. Hm. Und auch in der Küste. Ja. Ich staun mich. Überall artike Ruinen der Hochgeburten. Und dort an der Küste. Das sieht aus wie eine Siegelung der Vrykul. Faszinierend. Hol. und ist mehr zu die Kamer in diesem Trümchen Wasser verbirgt sich unser mysteriöses Objekt wir müssen in diesem Objekt kommen zurückgelassene Balliste die Kugeln mit dem anklicken da drauf kann man spielen Banner von Jan Bicky kick mal oh shit oh shit benutze die Balliste please mach mich oh scheiße die ist aber rot für mich ich bin tot ja das war jetzt blöd ich sollte sie nicht benutzen hallo bewegt sich doch man ich bin auch tot warte wo ist denn die Leiche bitte ja mhm mhm und der steht immer noch hier echt wir wollen wie im Möbel hinten belieben oh so ein shit ey ja jetzt ist es erstmal tja eine Sekunde zu spät schon mal k ruht gut mhm Das muss irgendwo vorne in dem Wasser sein, da. Sieht so aus, als wäre das am Rande von dem großen Meer. Düstermundmüllzauberer? Was ist das denn für Zeug? Scheiße, Mist. Was ist der das? Das ist ja nur ein einziger Mob da unten. Ah, der kämpft mit mir, der Anhänger. Was ist das hier? Das wollte ich nicht. Ich hab das... Wo bist du denn? Hier, da. Da ist so wie... Ja. Na. Und hier, zu mir musst du kommen. Das ist ja nur... Du musst hier... nur hier hin. Ich ertrink hier gleich. Ja, dann... hoch. Was ist jetzt? Wieso kamen denn jetzt mehr mich an? Ich bin aufgestiegen, ey. Jetzt erst, ey. Kurze Geschichten der Eonen. Artefaktmacht. Oh, okay. Und wiederum sieht die Artefaktmacht dazu. Was für eine Höhle sollen wir denn jetzt sagen? Die muss auch im Wasser irgendwo sein. Oh, die sind ja noch weiter draußen. Hm. Ja, weiter doch schon mal. Ich schwimme da. Oh, entschuldigung. Ich schwimme natürlich mit. Das ist so kollegial, das ist gut. Ich stelle, als ob du so kollegial wärst manchmal. Was soll denn das jetzt? Ja, was soll das? Wieso was? Ja. Ja, du musst ja nur länger warten, wenn du schon irgendwie fünf Minuten vor mir da bist. Ich hätte vor der Höhle auf dich gewartet. Als ob ich einfach irgendwas alleine... Ja, aber wenn die unter Wasser ist, da kannst du ja nicht die ganze Zeit warten, dann trinkst du ja irgendwann. Ich hätte... Ich bin hier unkollegial. Natürlich. Ey, Kaiser, was soll denn das jetzt? Alter, manchmal ist dein Gezicker, verstehe ich nicht. Okay, wir können... Oh, fuck, wo denn? Komisch, dass es hier unten heller ist als oben. Bist du schon drin? Nö. Bist du. Ja, ich schwimme hier noch und so den Eingang. Sättig, nämlich nicht. Wer hat da angegriffen. Das ist voll krass aus dem Eingang. Tja, wie scheiße alle wasche fanden damals, ne? Meist du doch besser war. Ja. Das ist irgendwie eigentlich cool. Da ist es. Der Riese hat es in der Hand. Es gibt nur eine Möglichkeit, einem Riesen seinen Schatz abzunehmen. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt ist er weg. Ach so, den hat schon erst einer umgeballert. Wir müssen den gleich killen. Ich frage mich aber, was macht so ein Riesenmann so viel Gold hier unten, ohne dass er sie ausgeben würde. Ich glaube, du sammelt das einfach nur. Was glitzert du? Das ist ein Riesenmann, das ist ein Riesenmann, das ist ein Riesenmann. Das ist ein Riesenmann, das ist ein Riesenmann, das ist ein Riesenmann. Das ist ein Riesenmann, das ist ein Riesenmann. Das ist ein Riesenmann. Das ist ein Riesenmann. Ausgezeichnet. 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 Okay. Können wir den Stein benutzen, ne? Ich denke schon, ja. Wenn er frei ist. Ja. Ja. um die guten der Lugladebocken ich kann jetzt 2 abgeben auch so oben am Landeplatz kann zu einem abgeben schlisten schützen die Portrait Galerie aber wenn ich damit richtig ist Ok. Wie kann man das richten? Ok, ich hab jetzt eine abgegeben und nehm die andere aber noch nicht an, dann nehmen wir gleich noch eine. Soll ich das nicht annehmen? Was? Ich glaub du bist in einer anderen Stelle als ich. Ach so. Oh, ich krieg ein Filmchen. Ich renn überall gegen aufgrund der Rückleihe, ey. Oh, wie geil. Ich krieg. Ich krieg. Oh. 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 Oh mein Gott, ich find's jetzt scheiße wieder nicht. Was ist? Ich find's nicht. Die Quest in der Mitte? Ja. Das sind glaub ich vier Eingänge in die Mitte. Oder zwei. Und ich guck mal, wie ich die hier raus finde. So kann sein, dass das hier ist. siehst du mich auf der Karte und du bist ja da ich bin überüber gelaufen worden ja das ist es recht was jetzt glaube ich ich wusste nicht dass man da rein und über den Quatsch laufen muss ergebensgegrößen ich hab mich auch nicht gewusst vertraut auf ein Video ich mach mir schnell einen Kaffee es muss den Propheten erreichen er ist der Schlüssel kein von uns hat um diese Würde gebeten doch so hat das Schicksal entschieden besteht und ihr gebt dem Licht eine Zukunft scheitert und alle Welten werden brennen wir werden nicht scheitern wir werden nicht scheitern Toraleon naja wenn er da sagt dann weiß ich dass das so ist so eine neue Quest ist verfügbar so passiert hier auch Opa Ringer des Lichts findet den Zweck des mysteriösen mysteriösen nicht gebundenen Objekts heraus oh gibt es wie ne neue Rüstung dies ein Tier der würde ich wohl die äh Schulterpolster nehmen ihr seid unsere ersten unsere größte Hoffnung dieses Portal Portal zu Exodar aaaaaaah jetzt muss ich auch mal dann warten naja bitt 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 bitt